Weitere Sommerkleidchen, weil wir uns unheimlich auf Sommer freuen. Diese Sommerkleide, das ist wirklich etwas, so liebe Dame, du kannst meine Drübe... Diese Sommerkleide sind wirklich was Besonderes, weil wir selten Wickelkleide haben. Bedeutet, wir haben hier ein Bündchen, das können wir aufmachen. Genauso ist auch ein inneres Bündchen, das bedeutet voll praktisch. Ich kann das schön eng zusammenziehen. Nach dem Essen mache ich das ein bisschen lockerer, somit kann man ein bisschen auch Baum kaschieren. Das bedeutet ganz tolle Wickelkleide mit drei Viertelarmlänge, mit verschiedenen Farben. Das ist auch zum Beispiel ein bisschen zart verspielt. Genauso auch im Olivgrün. Das ist ein bisschen buntere, rosa, schwarz-weiss. Diese Kleider kosten 55 Euro. Ist eigentlich das praktischste Waschen, Aufhängen, ohne Bübeln. Sogenannte Koffe-Kleider. Lila, ganz hart verspielt, mit Minzgrün. Und mit kürzerem Arm habe ich auch ein paar. Und die letzten zwei. Alle Kleider 55 Euro. Ich packe meine Kleider für so einen Urlaub auf jeden Fall mit Sandalen oder Schlapfen für 39 Euro. mit Glanz. Und passende Täschchen hätten wir sicherlich auch im Geschäft in Pink oder Royal Blau und Weiß. Und nächste Woche kommen noch weitere. Ich freue mich auf euch und wir sehen uns bald im Geschäft. Ciao! Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020